Ich glaube, dass dieses ganze Projekt von Anfang an bis zum Schluss einfach dieses Abenteuer das Ganze ausmacht und gar nicht so eine einzelne krasse Linie, die noch nie wieder gefahren ist. Das ist nicht nur Skiing, sondern es geht um das Leben und die Erfahrung von Alaska zu erleben. Es ist eine unglaubliche Krippe, eine Lebenszeit. Das Gefühl, wenn du hier oben stehst, man rutscht aus der Herzen von der Kirche in die Hose. Das ist noch eine ganz andere Welt, in der wir heimtagen. Musik Oh, wow! Oh, 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 oh.